Beim Leica Rangemaster CAF2800.com handelt es sich um ein Entfernungsmesser mit integriertem Leica ABC Ballistik System. Mit der Leica Hunting App lassen sich individuelle Ballistikeinstellungen bequem mit dem Smartphone konfigurieren. Anhand dieser Daten sowie Entfernung, Temperatur, Luftdruck und Winkel werden entweder die eben gleiche Entfernung, der Holdover oder die Klickverstellung des Ziefernrohres berechnet und angezeigt. Auch die Windrichtung und Stärke kann in die Berechnung mit einfließen, wenn der Leica Rangemaster per Bluetooth mit einem Kestrell Elite verbunden wird und dadurch zuverlässige Daten für die Berechnung erhält. Im Lieferumfang finden wir eine Trageschlaufe, eine Tragetasche, ein Handbuch, eine Garantiekarte und ein Prüfzertifikat. Auf der Rückseite befindet sich das Batteriefach, in welcher die CR2 Batterie eingelegt wird. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 2000 Messungen. Der Dioptrinausgleich läuft präzise und mit gutem Kraftaufwand. Das weiche Okulargummi erlaubt die Einstellung für Nutzer mit und ohne Brille. Brillenträger klappen dieses einfach um, um einen optimalen Augenabstand zu erreichen. Auf der Oberseite finden wir die Haupt- sowie Nebentaste, welche zur kompletten Steuerung des Gerätes dienen. Eine 24mm Objektivlinse sorgt für eine hohe optische Leistung. Darunter finden wir unsere Lasersendeoptik. Ein paar kurze Aufnahmen mit dem Leica Rangemaster CRF2800.com bezüglich des Messvorgangs. Ich bitte die etwas verwackelten Bilder zu entschuldigen, ich habe durch den Rangemaster frei aus der Hand gefilmt. Falls ihr weitere Fragen zum Leica Rangemaster CRF2800.com habt, könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden. Bis dahin verbleibe ich mit einem kräftigen Weidmannsheil, euer Markus von Living Active.